In diesem kurzen Video möchte ich dir die Möglichkeiten von Powerpoint Live vorstellen. Ich habe hier eine meiner Powerpoint-Präsentationen im Browser geöffnet. Möchte ich diese Präsentation nun live präsentieren, klicke ich dazu auf den Menüpunkt Bildschirmpräsentation. Du siehst hier nun die Möglichkeiten, diese Präsentation von Beginn an zu zeigen, ab der aktuellen Folie, in Teams zu präsentieren und dann siehst du schon den Button Live präsentieren. Bevor du allerdings live präsentierst, würde ich dir empfehlen, hier rechts noch die Untertitel-Einstellungen anzupassen. Du musst hier die gesprochene Sprache auswählen, in meinem Fall Deutsch. Danach kannst du die Untertitel-Sprache auswählen und auch auswählen, wo der Untertitel angezeigt werden soll. Unten überlagert, oben überlagert, unter der Folie oder über der Folie. Dazu gibt es auch noch Audio-Einstellungen, in denen du auswählen kannst, welches Mikrofon deine Präsentation aufzeichnen soll und nochmals die Optionen für die gesprochene Sprache und für die Untertitel-Sprache. Ich passe hier nun noch die Untertitel-Sprache auf Englisch an. Sind diese Einstellungen nun getroffen, kannst du live präsentieren. Ich klicke dazu hier zuerst auf den Dropdown-File und kann nun noch auswählen, welche Benutzergruppe meiner Live-Präsentation folgen kann. Entweder nur Personen in meiner Organisation, das bedeutet, es ist ein Login notwendig, oder jeder. Präsentierst du nun also außerhalb deiner Organisation, ist es wichtig, dass du hier jeder wählst, damit auch Personen, die keine E-Mail-Adresse deiner Organisation haben, deine Präsentation folgen können. Ich wähle hier nun also jeder und klicke nun auf Live präsentieren. Es öffnet sich nun ein Begrüßungsbildschirm, in dem dein Publikum nun der Sitzung beitreten kann. Entweder über den hier eingeblendeten Link oder über den QR-Code. Ich werde nun mit meinem iPad dieser Sitzung beitreten und dazu blende ich dir nun zusätzlich mein iPad ein. Ich öffne nun auf meinem iPad die Kamera-App und scanne nun diesen Code. Mit einem Klick auf In-Edge öffnen wird nun die Präsentation geöffnet. Wie du auf meinem Monitor nun siehst, ist eine Person beigetreten und rechts daneben am iPad siehst du nun auch bereits die Übersetzung. Am iPad links unten steht Deutsch. Mit einem Klick auf Deutsch kann ich nun die Untertitelsprache ändern, beispielsweise auf Englisch und der ganze Text, der bis jetzt gesprochen und transkripiert wurde, wird nun auch auf Englisch angezeigt. Als Präsentator klicke ich nun auf Folien anzeigen und schon startet meine Präsentation. Wie du rechts auf dem iPad sehen kannst, wird die aktuelle Folie immer angezeigt, inklusive den Untertiteln. Ich kann nun auf meinem Monitor wie gewohnt durch die Präsentation navigieren und automatisch wird auch auf dem iPad die jeweils aktuell eingeblendete Folie angezeigt. Zusätzlich hast du am iPad nun noch die Möglichkeit, selbst durch die Folien zu navigieren. Dazu klicke ich nun in meiner Präsentation noch einige Folien weiter und auf dem iPad habe ich nun direkt unter der Folie die Möglichkeit, mit der Pfeiltaste zurückzugehen und mir noch einmal anzusehen, welche Folien bereits gezeigt wurden. Mit einem Klick auf aktuelle Folie komme ich wieder zur aktuellen Folie. Wie du vielleicht schon gesehen hast, ist der Pfeil nach rechts ausgegraut. Das bedeutet, es ist deinem Publikum nicht möglich, in der Präsentation alleine weiterzugehen, ohne dass du bereits diese Folien aufgerufen hast. PowerPoint Live bietet für dein Publikum auch die Möglichkeit der Live-Interaktionen. Dazu ist am unteren rechten Bildschirmrand ein Smiley-Symbol und wenn man darauf klickt, kann ich nun beispielsweise einen Daumen hoch geben und dieser Daumen hoch wird nun auch dem Präsentator in seiner Präsentation angezeigt. Um das noch deutlich zu machen, werde ich nun öfter auf den Daumen hoch klicken und du siehst am Monitor, wie nun diese Daumen einfliegen. Ich als Präsentator habe allerdings noch weitere Möglichkeiten. Ich kann beispielsweise einen Überblick über alle Folien einblenden oder mit dem Stift-Symbol kann ich auch Annotationen einfügen. Ich wähle hier nun den Stift und kann hier zum Beispiel Educator Sign-Up eingreisen. Mit dem nächsten Button kann ich die Untertitel für mich ausblenden und so in einen Vollbild-Modus schalten oder die Untertitel auch wieder einblenden. Und das letzte Symbol, ich nenne es Live-Symbol, zeigt nun noch einmal die Zusammenfassung. Eine Person ist meiner Live-Sitzung beigetreten. Ich könnte den Link noch kopieren, den Begrüßungsbildschirm anzeigen oder könnte mit diesem Schieberegler unterbinden, dass Live-Reaktionen eingeblendet werden können. Der letzte Punkt ist Sitzung beenden. Ich beende nun also die Präsentation. Und sehe nun in meinem Bildschirm noch die Möglichkeit, meine Sitzung wieder fortzusetzen oder die Sitzung bzw. die Präsentation wirklich zu beenden. Ich beende nun also diese Präsentation, bestätige das und wie du am iPad siehst, kann nun die Präsentation von deinem Publikum noch bewertet werden. Du kannst einen bis fünf Sterne vergeben, kannst dann auch noch das Foliendesign, die Fähigkeiten als Referent und Redner, den Inhalt oder die Interaktion mit der Benutzergruppe bewerten. Und dein Publikum kann auch noch andere Kommentare eingeben. Ist das Feedback vollständig, muss nur noch auf Absenden geklickt werden und schon wurde das Feedback gesendet. Du als Präsentator bekommst nach einiger Zeit dann eine E-Mail mit der Zusammenfassung dieses Feedbacks. Durch die Möglichkeit der Untertitel ist PowerPoint Live natürlich auch eine spannende Möglichkeit, mit einem Publikum, das nicht deine Sprache spricht, zu kommunizieren. Die Übersetzung ist natürlich sehr davon abhängig, wie sauber du sprichst und wie genau PowerPoint auch deine Aussprache und deine Wörter erkennt. Ich hoffe, ich konnte dir die ein oder andere Anregung geben, wie du eine PowerPoint-Präsentation vielleicht in Zukunft das ein oder andere Mal auch online präsentierst und so deinem Publikum mehr Möglichkeiten zur Interaktion gibst oder auch die Möglichkeit, sich deinen Vortrag live übersetzen zu lassen. Viel Spaß beim Ausprobieren!